...und unsere öffentlichen weiteren Maßnahmen. Hier und heute senden wir ein deutliches Zeichen an die öffentlichen Arbeitgeber. Unterschätzen Sie nicht unsere Kampfbereitschaft. Wir kommen wieder. Vielen Dank. Ja, ein ganz herzliches Grüß Gott von den Licken hier in Latschen. Ich finde das ganz toll, dass ihr hier heute so viele seid. Und meine Meinung ist, dieses ewige Sparen der öffentlichen Haushalte zu Lasten ihrer Bediensteten, das muss endlich ein Ende haben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei euren Streitaktionen und nachher am vorhandenen Tisch ein ganz dickes Grüß. Vielen Dank. So, this is why there is no public transport here at Seabit. They are striking. They want more money, I think. That's cool. So, this is why there is no public transport here at Seabit.